Es gibt aktuell 56 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Jena und Umgebung. Um die Ladepunkte nutzen zu können, braucht man eine Ladekarte der Stadtwerke Energiener Pösneck. Und wie man an diese Ladekarte kommt, das zeige ich euch jetzt. Um eine Ladekarte nutzen zu können, muss man sie natürlich zunächst auch einmal bestellen. Das geht ganz einfach auf unserer Stadtwerke Internetseite. Nach Eingang der Bestellung der Ladekarte versenden wir eine E-Mail, die alle relevanten Informationen enthält, um zunächst einmal das Kundenkonto anzulegen und darin die Karte mittels mitgeschickter Contract-ID und PIN zu aktivieren. Und ganz wichtig, im Ladekarten-Account die Ladekarte auch wirklich aktivieren, sonst funktioniert sie nicht. Und dann kann es auch schon losgehen. Nun viel Spaß und gute Fahrt. Ladekarte 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 Ladekarte